So, willkommen zurück zu einer neuen Folge RITNESS. Ich habe mich mal im Internet schlau gelesen, was das mit diesen Vierecken zu tun hat. Und jedes Viereck steht für ein Feld. Also muss ich, wenn ich jetzt hier unten anfange, ungefähr so ein Ding machen. Und wir versuchen das jetzt einfach mal. Das heißt, wir müssen erst einmal hier hin. So, Feld 1, Feld 2, Feld 3. So, und jetzt waren noch Viere oben zu sehen. Das müssten die letzten sein. Allerdings... Äh... Wie soll ich denn das machen, wenn hier was im Weg liegt? Hä? Hä? Witzig. Wie soll ich das bitteschön machen? Oh, da gibt es hier irgendwo eine Vorrichtung, womit ich das wegmachen kann. Das ist ja jetzt kacke. Äh... Ich komme auch nicht anderweitig an dieses eine Rätsel. Scheiße. 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 Tja, jetzt habe ich den Salat. Wie mache ich das? Ja, jetzt habe ich den Salat. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Schade. Ach, scheiß Mistfliegen die hier rumkrabbeln. So. Aaaaaah. Auf die Idee muss man erstmal kommen, die Mittelfelder zu benutzen. Und... What the fuck? What the fuck? Äh... 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 Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Hehehehe. Was? Was? Der einfachste Weg, ernsthaft? Geil. So. Wo sind meine... Oh. Oh. Hier gibt's nicht. Schade. Äh... So. Hier können wir auch runter. Oh, hier geht's rein. Ja, hochrennen. Nein, runterrennen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, das sind die Sachen alle auf einmal noch. Oh, okay. Ach, das sind die Sachen alle auf einmal noch. Oh, okay. Dann war... Das... So. So. Dann war... Das... So. Ja. Und dann eher das... Hä? Ey, das untere kapier ich gerade nicht so wirklich. Dieses Brummgeräusch, ganz ehrlich, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Äh... Es gibt halt einfach... Äh... Moment mal. Sichtfelder 100. Ich erkenne trotzdem nichts. Also nochmal. Das war so... Das wäre jetzt ich noch. Das andere... Äh... 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 Nee, stopp, bei dem bin ich so gefahren, genau. Dann kann ich nur die so verbinden. Aber wenn ich jetzt hier drüben lang gehe, habe ich ein Problem, den Punkt da unten zu kriegen. So, dann waren, müssten die hier oben dran kommen. Irgendwie, genau. So, die müssen wir noch abschotten, dass die nicht an den Gelben sind. Dann war das erste so und das war so. So, stimmt, ich bin dann hier runter gegangen. Ich hätte ja Viere reinholen müssen. So, und dann war das doch so ganz komisch. Das war der erste. Äh, das sind aber auch wieder so drei. Und wenn ich jetzt nach dem da unten gehe, müsste das dann so sein. Läuft. Lull. Was? Das war schon mit der Kanone? Und was ist mit dem anderen Rätseln da hinten? Was ist mit dem? Die will ich auch noch machen. Was passiert eigentlich, wenn ich mich hier reinstelle? Oh, Leute, die dreht sich. Hä? Hä, warum ist denn die so merkwürdig? Keine Ahnung. Da geht überhaupt nichts. Also wieder runter. Oh, ich will jetzt das hier machen. Das hebt mich jetzt. Ich will. Wie komme ich hier wieder weg? Hier. Hä? Oh, da ist eine Tür. Haha, nehm mal die. Genau so. War ich hier oben schon? Ja. Äh, ich will das Labyrinth hier machen. Bitte was? Ach du Scheiße. Warte mal. So, so, so. So. Nee. So. Ach so. Okay. das wäre dann so hier Rätsel Nummer 1 ist gelöst ey ganz ehrlich wenn jetzt das der einfache Weg richtig ist ich wollte schon sagen da hätte ich jetzt einen Besen gefressen das sehe ich jetzt zuerst okay es gibt wieder Hinweise überall nächstes hier gibt es aber keine Hinweise hier gibt es keinen Hinweis ist das jetzt hier egal was für einen Weg ich nehme ich teste jetzt einfach alles aus äh 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 irgendeinen Hinweis muss es hier doch geben das wäre die Seite das ist L und das was hier ist das ist das dort und das ist oben ah ich höre es hier lang so 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 das wäre so 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 äh so hier so hier genau hier muss man auf keine Geräusche achten scheiße scheiße auf was muss man hier achten eigentlich bräuchte ich dir gar nicht machen ne denn das sind jetzt nur Nebensachen ich war ja schon oben in der Burg deswegen nee das lassen wir jetzt ich blick hier jetzt sowieso nicht durch bei dem in Rätsel naja gut äh ich würde sagen wir besuchen oh ok hier geht es nicht weiter hier geht es auch nicht weiter ja wir haben ja die Kanone aktiviert hier kommen wir wieder raus ja und als nächstes nehmen wir uns was nehmen wir uns als nächstes vor ich würde sagen das hier ein zwei Rätsel haben wir ja hier schon gelöst eins und den Rest werden wir aber in der nächsten Folge lösen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr das doch noch um da lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video bis dann bleibt entspannt genießt den Tag und bye bye bis dann